Hallo, mein Name ist Marius Ebert, ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und in diesem Video geht es um die Wirksamkeit einer Willenserklärung und zwar vor dem Hintergrund der Geschäftsunfähigkeit und der beschränkten Geschäftsfähigkeit. Wir unterscheiden also zunächst einmal zwei Fälle. Es ist die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen oder alternativ die Willenserklärung eines beschränkt Geschäftsfähigen. Zunächst einmal, was ist ein Geschäftsunfähiger? Das ist zum Beispiel ein Kind von ein bis sechs Jahre oder jemand, der dauerhaft, wohlgemerkt dauerhaft, geistesgestört ist. Und beschränkt geschäftsfähig ist das Kind von sieben bis siebzehn Jahre. Wir bleiben jetzt mal im Folgenden bei dem Kind. Sieben bis siebzehn Jahre und mit 18 wird es dann voll geschäftsfähig. Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig. Und nichtig bedeutet, man muss nichts tun. Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen wird so behandelt, als sei sie gar nicht gemacht worden, als habe sie nie existiert. Die Willenserklärung eines Beschränktgeschäftsfähigen ist schwebend. Und jetzt kann man hier sagen, schwebend wirksam oder schwebend unwirksam. Und ganz Clevere setzen das UN hier in Klammern. Schwebend unwirksam. Das ist aber weniger wichtig. Wichtig ist, dass sie schwebend ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar, was die Einflussnahme der Eltern angeht. Einmal die Einwilligung oder die Genehmigung. Einwilligung E kommt im Alphabet vor G. Einwilligung ist also vorher, Genehmigung ist nachher. Und zwar folgende Struktur. Entweder das Elternjahr, ältjahr, also die Zustimmung der Eltern kommt vorher und dann kommt der Kauf zum Beispiel. Also die Willenserklärung ist ein Kauf hier, stellen wir uns vor. Dann ist es eine Einwilligung. Und wenn es umgekehrt ist, das heißt erst der Kauf und danach kommt das Elternjahr, ältjahr, dann ist es eine Genehmigung. Okay, das war es für diesmal Rechtsgrundlage. Natürlich hier Paragrafen 106 folgende im bürgerlichen Gesetzbuch. Bitte auch mal ins Gesetz schauen. Wir haben 106 und den Folgen sind diese Dinge hier geregelt. Vielen Dank.